Hallo? Hallo? Irgendwer hier von den alten 16? Oh, wer ist das denn? War mir zu laut? Zu nett? Zu alt? Wo drückt der Schuh? Du hattest neulich beim Joggen gesagt, dass wir Bescheid geben können, wenn wir was brauchen. Also, der... Der Thorsten kann überhaupt nichts mehr tragen und ich muss dringend lernen und die Barbara holt den ganzen Tag. Und mir läuft halt einfach die Zeit davon und irgendwer muss einkaufen. Vom... vom Putzen will ich jetzt gar nicht reden. Jedenfalls, vielleicht könntet ihr uns mal was vom Supermarkt mitbringen. Hier sitzt er hier, Ina rum. Und außerdem ist das Geld von meinen Eltern noch nicht da und... Kann ich ein Glas Wein haben? Was ist 11 Uhr? Na und? Ich hab mir ne kleine Liste gemacht mit Einkäufen drauf. Es wär super, wenn ihr uns das mitbringen könntet. Das Geld geb ich dir dann später. Das von dem Monat ist schon weg. Ist das okay? Alles klar, muss weiterlernen. Geh jetzt. Ich sitze seit 12 Stunden am Tag. Und davon steig ich sechs Stunden hirnlos auf die Blätter. Ich werd die Prüfung nicht schaffen. Das ist meine letzte Chance. Und dann hab ich keinen Examen. Und dann wär ich so N wie ihr. Ich hab ne Examen. Ich hab nur meistens für das Recht gekämpft und selten für das Geld. Ja komm, ist gut. Wo hängt's denn? Über Recht. Baurecht, Wahlrecht, Versammlungsfreiheit. Das hängt überall. Das ist zu viel. Das ist zu groß oder mein Kopf ist zu klein. Ich weiß es auch nicht. Es ist... Es ist zu groß für meinen kleinen Kopf. Wo genau steckst du fest? Kann man das irgendwie eingrenzen? In der Mitte. Irgendwo in der Mitte. Aber wo das ist, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo die Mitte ist. Das ist das Problem. Ich guck mir das mal an. Katharina, Barbara, Thorsten. Die beiden studieren Jura, ich Kunstgeschichte. Sie sind jung, dynamisch, pflichtbewusst. Wir stehen ja hier kurz vor unserem Examen. Wir hatten mit ruhigeren Nachbarn gerechnet. Es ist halt einfach ne total sensible Zeit gerade. Und das sind die Neuen. Anne, Johannes und Eddy. Warum wohnt ihr jetzt wieder zusammen? Es ist lustiger, es ist billiger. Wir können euch nicht helfen. Was meinst du denn? Mal was schweres tragen, mal zur Apotheke, mal was im Handymenü erklären. All diese Sachen. Wir haben keine Kapazitäten. Haben wir die irgendwie erschreckt? Hallo? Die haben mich erschreckt. Seid ihr nicht auch einfach echt ein bisschen alt für das viele Feier? Ihr seid die Woche dreimal Treppenhaus putzen. Wir putzen kein sauberes Treppenhaus. Ab jetzt bis Ruhe. Absolut eine Ruhe. Sonst lernt ihr uns kennen. Ich hab nur zwei Flaschen. Und die noch von Silvester. Wenn ihr damals ein bisschen flotter gewesen wär, dann müssten wir ja heute nicht über Studiengebühren diskutieren. Es war gut damals. 18 Semester Studium. Jetzt fehlt uns das Geld, das wir nicht verdient haben in der Zeit. Kleine Sekunde dieser Zeit würde ich hergeben für keinen Betrag dieser Welt. Ich auch nicht. Oh, das sieht ja scheiße aus. Du musst auf ne Runde joggen. Thorsten? Wie geht's denn? Wenn irgendwas ist, sag Bescheid, ja? Wer ist das denn? War mir zu laut? Zu nett? Zu alt? Du hattest neulich beim Joggen gesagt, dass wir Bescheid geben können, wenn wir was brauchen. Die von oben sind im Arsch. Die gehen nicht einkaufen, nicht arbeiten, nicht in die Uni. Haben wir das damals gemacht? Dann geh mal hoch, dann siehst du, wo der Unterschied liegt. Mit welcher Systematik gehst du denn da ran? Fang vorne an und hör hinten auf. Du solltest nicht glauben, dass da irgendwo ein Ende kommt. Ne, äh, Moment, äh, Stopp. Wird die Prüfung nicht schaffen? Dann hab ich kein Examen. Und dann wär ich so n wie ihr. Ich hab ne Examen. H 블� bullshit. Also, er sagt ein Direktum die Prüfung sondern von welche. Wird, wie ihr Ingen